Thailand auf Reserve. Was macht man? Wir wollen tanken. Ich zeige euch, wie es geht. Tanken auf dem Roller in Thailand, einfach. So, was ihr macht, schmeißt den Motor an, ihr fahrt los. Ah, wir haben Glück, da ist eine Tankstelle. Ihr fahrt in die Tankstelle rein, ihr müsst wissen, welches Benzin ihr tanken wollt. Er geht an die Zapfsäule. Hier hast du verschiedene Benzinarten zur Auswahl. Ich nehme die 91, deswegen halte ich hier. Gaonung Demtang. So, dann müsst ihr euren Tank aufmachen. Ein Bediensteter wird euch in Empfang nehmen und es wird für euch getankt. Ich habe jetzt gesagt, Gaonung Demtang, was so viel heißt wie 91, voller Tank. Demtang heißt voller Tank. Also ihr müsst einfach nur drauf auf das Benzin deuten, das ihr haben wollt und sagt Demtang. Und es wird für euch getankt. Ihr müsst gar nichts tun. Er macht es jetzt voll. Ihr seht, Tank ist voll. 140 Bat. Das ist einfach bezahlen. Gibt dem das Geld. Tank wieder zumachen. Je nachdem, wo euer Tank ist, das müsst ihr selber wissen. Das fragt ihr dann beim Verleiher. Müsste ich 360 Bat rauskriegen. Kopfhundenkapp. Ihr bedankt euch, Kopfhundenkapp. Und dann könnt ihr weiterfahren. Mit einem vollen Tank. Wir müssen natürlich wissen, wie euer Motor startet, damit ihr hier wegkommt. Ich habe einen Kickstarter. Zack. Los geht's. Tanken in Thailand. Einfach gemacht.